Hi, mein Freund. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich weiß, wir hatten jetzt etwas länger geschlossen, aber jetzt sind wir wieder für euch da. Für dich, 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 für dich. Ja, ich weiß, du hast heute diese Entspannungs-Session gebucht, wo wir uns ausschließlich ganz intensiv um dich kümmern. Und wir versuchen, dich runterzubekommen, dass du wirklich ganz, ganz entspannt bist. Wir werden ein bisschen Atemübungen machen. Aber auch ein paar ganz, ganz sanfte Übungen, damit wir in eine Entspannungsphase kommen. Und da musst du dich einfach ein bisschen drauf einlassen. Aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Das sollten wir hier heute hinbekommen. Und ja, am besten setzt du dich erstmal hin und machst es dir bequem. Okay, das ist schon mal sehr gut. Okay, dann fangen wir an und am besten atmen wir einmal, dreimal tief ein und wieder aus. Also tief einatmen. Anhalten. Ausatmen. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ausatmen. Und ein letztes Mal. Anhalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ausatmen. Schließ deine Augen. Lass deine Schultern hängen. Versuch an nichts zu denken. Und einfach nur die Luft in deinem Körper, die du einatmest, zu spüren. Lass dich einfach fallen. Lass dich einfach fallen. Du kannst deine Augen geschlossen halten, also schließen. Du kannst sie aber auch offen lassen. Das ist dir ganz, ganz überlassen, wie du das für dich am besten hast. Ich schließe meine Augen immer gerne dabei. Weil ich mich dann noch besser konzentrieren kann. Denke jetzt mal an den Tag zurück, den du heute erlebt hast. An die Leute, die dir begegnet sind. An die Leute, die dir gut getan haben. Aber auch an die Menschen, die deinen Alltag etwas stressig gestalten. Denk daran, dass dich das jetzt nicht kümmert. Schließe, dass du frei bist in deinen Gedanken und dass du perfekt genauso richtig bist, wie du jetzt gerade bist. Schließe, dass du jetzt mal die Augen hast. Schließe deine Augen. Schließe deine Augen. Schließe deine Augen. Denk an eine wunderbare Zeit, an einem unbeschwerten Ort. Du bist für dich und es ist genau der Ort, an dem du jetzt sein möchtest. Ganz egal, ob an einem Strand mit leichten Wellengang, wie du durch den weißen Sand läufst und das kühle Wasser deine Füße berührt. Oder bist du vielleicht in den Bergen, auf einer Alen. Die Bergluft tut dir gut. Du kannst die Ruhe der Berge förmlich spüren. Sie färbt auf dich ab und du bist total und vollkommen mit dir im Reinen. Halte diesen Ort, an dem du jetzt bist, fest. Und immer, wenn der Alltag dich etwas zu sehr stresst, schließt du deine Augen, atmest dreimal tief ein und wieder aus. Und gehst zu diesem Ort, an dem du sein kannst, wer du bist, wo du dich wohlfühlst und wo du gerne bist. Halte diesen Moment noch etwas fest, bevor du gleich wieder zurückkommst. Denk immer daran, du bist perfekt, so wie du bist. Öffne jetzt langsam deine Augen. Atme noch dreimal tief ein und aus. Willkommen zurück. Mein Freund, es war sehr schön, dass du heute da warst. Ich wünsche dir auf all deinen Wegen eine gute Reise. und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche dir auch noch eine gute, gute, eine gute, gute, eine gute, gute, eine gute, gute, eine gute Nacht.